100% erneuerbar, das Kostenproblem, der zweite Teil. Hier möchte ich ein Stück weit erklären, warum diese 20.000, 30.000 Euro Investitionskosten für 100% Erneuerbare im Stromsektor nicht unproblematisch sind. Und wie man aber ein Stück weit aus der Nummer herauskommen kann, dass dieser Übergang etwas weicher ist. Dazu einige Bemerkungen zur Energiepolitik, die wir bisher betrieben haben. Es gab drei Säulen. Verfügbarkeit, also faktische technische Verfügbarkeit im Sinne der Energieversorgungssicherheit auf technischer Ebene. Zweite Säule, Bezahlbarkeit, in dem Sinne Zugang aufgrund der finanziellen Möglichkeiten zu Energie. Haben Sie das eine nicht, keine Energie. Haben Sie das andere nicht, auch keine Energie. Das sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Und die dritte Seite oder dritte Säule, die das Dach der Energieversorgung trägt, das ist die Umweltverträglichkeit. Sprich, Energie muss so gewonnen werden, dass sie das System Erde nicht überlastet. Stichwort Nachhaltigkeit, sodass die Lebensbedingungen langfristig erhalten werden. Meine Hoffnung ist, dass genau diese drei Säulen auch in Zukunft wieder ähnlich wertig dastehen oder fast sehr gleichwertig dastehen, betrachtet werden. Im Moment sehe ich nur diese Säule und eigentlich aus dieser Säule nur drei, vier Steinchen. Vielleicht auch die halbe Säule, eben die Säule CO2-Problematik. Aber ich möchte, dass man die CO2-Problematik ganzheitlich betrachtet und sich auch ausschaut, besser anschaut, an welchen Stellen die CO2-Steuer auch zu Fehlsteuerungen führen könnte. Heizwärme, Bereitstellung in Wohnräumen durch Feststoff, Verbrennungssysteme, Öfen. Was passiert, wenn die CO2-Steuer auf Gas hochgeht? Ja, man wird versuchen, weniger Gas zu nutzen. Was passiert? Man könnte zum Beispiel mehr Holz verbrennen. Was bedeutet es, mehr Holz zu verbrennen? Mehr Druck auf den Wald oder mehr Druck auf andere Wälder mit hohen Transportaufwendungen inklusive CO2-Emissionen. Dritte Variante, ich verwende alternative Brennstoffe. Braunkohle, im Moment noch nicht CO2-besteuert. Kann sogar kontraproduktiv in CO2-Sachen werden. Weiterer Punkt, die Feinstaubemissionen aus dieser Nutzung werden deutlich steigen. Feinstaub gleich Promoter für Lungenkrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und gerade Biomasse erzeugt sehr feinen Feinstaub. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Holzheizung, ich meine nicht die Holzpellet-Heizung, die ja auch mit viel Aufwand gesteuert werden, sondern ich meine diese handbestückten Systeme, man kann davon ausgehen, dass die Feinstaubemissionen pro Heizung um den Faktor 1000 höher liegen als die Feinstaubemissionen aus einer Gasheizung. Sprich, bei 30.000 Wohneinheiten in einer Großstadt würden 30 Holzverbrenner, die komplett heizen, etwa so viel Feinstaub emittieren wie 30.000 Gasheizungen für die entsprechenden Wohnungen. Muss man sich sozusagen anschauen. Ich gehe aber davon aus, dass insbesondere die Umwelt, Politikerinnen und Politiker aus den entsprechenden Parteien da natürlich fundiert sich Gedanken gemacht haben. Ich hoffe es zumindest. Zwei Aspekte, wie man jetzt letztendlich aus dieser Nummer rauskommt, dass man das Ganze kostendämpfend betreibt, sprich erneuerbare, abstützt durch andere Systeme oder ausbaut. Erstens die Abstützung über Nordlink. Nordlink ist eine Stromleitung vom deutschen Festland zum norwegischen Festland übers Meer. Unter dem Meer durch, natürlich nicht schwimmend, das wäre schlecht für die Schiffe und für die Leitung am Ende. Diese Leitung ermöglicht es, Strom nach Norwegen zu schicken, Photovoltaik und Windstrom aus Deutschland. Aber wir bekommen dann Wasserstrom aus Norwegen. Aus dieser entsprechenden Darstellung wird gerne der Schluss gezogen, wir könnten die Wasserspeicher wieder auffüllen, indem wir unseren Strom nutzen, um in Norwegen Wasser nach oben zu pumpen. Kann man machen, wäre dann aber Salzwasser aus dem Meer. Denn wenn Sie Pumpspeicher haben wollen, brauchen Sie zwei Becken, Ober- und Unterbecken, wo Sie das Wasser hochpumpen, um Strom zu speichern, beziehungsweise runterlaufen lassen, um wieder Strom zur Verfügung zu stellen. Das geht damit, wie gesagt, nicht, denn Sie haben diese Unterspeicher für Süßwasser nicht. Und es sind trotz Auslegung 1400 Megawatt natürlich nur 700 Megawatt, die Sie letztendlich in die eine oder andere Richtung im zeitlichen Mittel nutzen können. Entweder schieben Sie Strom nach Norwegen oder Sie bekommen Strom aus Norwegen, beziehungsweise andersherum aus der Perspektive der Norweger. Aber ein bisschen Hoffnung möchte ich machen, ist es trotzdem ein sinnvoller Baustein. Warum ist das so? Norwegische Perspektive, die Norweger haben Wasser in diesen entsprechenden Seen auf den Bergen, aus denen sie elektrische Energie gewinnen können. Jetzt haben wir in Deutschland zu viel Überschuss, also haben Überschussstrom, zu viel Produktion, Photovoltaik oder Windstrom, können den nicht loswerden. Was sagen die Norweger? Na, dann stellen wir unsere Wasserkraftwerke ab und verwenden den deutschen Strom. Damit sparen die Norweger das angestaute Wasser in den entsprechenden Becken. Und wenn es jetzt so ist, dass wir zum Beispiel Flaute haben oder eben Dunkelzeiten, dann schicken uns die Norweger einfach von dem gesparten Wasserstand den Strom zu uns zurück. Hintergrund ist also der, dass man die Entleerung der Wasserspeicher der Wasserkraftwerke in Norwegen etwas reduzieren kann, sodass, indem wir eben Strom den Norwegern geben, dass sie das überbrücken können, beziehungsweise die Entleerung dieser entsprechenden Speicher verhindern können. Insofern eine vollkommen sinnvolle Möglichkeit. Man muss sich aber auch klar machen, bei etwa 70 Gigawatt perspektivisch an Leistung sind 0,7 Gigawatt jetzt nicht der Löwenanteil der Leistung. Wir bräuchten also vielleicht 50 solcher Leitungen, um dann tatsächlich noch mehr Ausgleich zu schaffen. Und irgendwann werden auch die Wasserspeicherkapazitäten vielleicht nicht mehr passen. Aber es ist einfach eine Maßnahme für etwa, wenn ich mich recht entsinne, etwa 2 bis 3 Milliarden Euro. Und wenn ich das jetzt richtig ausrechne, sind das dann etwa 4.000 Euro pro Kilowatt Leistung, die wir darüber verschieben können. Das sind weniger Kosten als die Kosten für Wind- oder Photovoltaikinvestitionen für Kraftwerke mit Dauerleistung, wenn man es umrechnet auf die kontinuierliche Leistung. Zweiter Punkt, auch in einigen Wahlprogrammen letztendlich dargestellt, massiver Ausbau Wind-Photovoltaik, Biomasse, spricht keiner mehr drüber, bin ich sehr beruhigt. Wind-Biomasse, sie haben viel Flächenbedarf. Und wenn sie viel Fläche brauchen, kann jemand anderes die nicht mehr benutzen. Das heißt, sie haben eine sogenannte Flächenkonkurrenz. Wenn man berücksichtigt, dass Biomasse nur etwa ein Dreißigstel der spezifischen Leistung, also Leistung an Energieproduktion pro Quadratkilometer hat, im Vergleich zu Photovoltaik, erscheint es unsinnig, Biomasse überhaupt zu betreiben. Auf der anderen Seite ist Biomasse grundlastfähig und eine gewisse grundlastfähige Absicherung im eigenen Land hat auch für Notsituationen bestimmte Vorteile. Insofern, ein bisschen Biomasse ist in Ordnung, aber das Ganze jetzt im Faktor 5 ausbauen, da wird zum Essen knapp. Da machen wir dann das Essen aus dem Erdöl. Natürlich Unsinn. Also Wind-Biomasse, Flächenbedarf. Bei Wind müssen sie auch berücksichtigen, dass sie direkt neben einem Windrad vielleicht keine Siedlung mehr hinstellen wollen. Insofern ist auch Fläche strukturell beeinträchtigt. Ich sage es mal freundlich. Biomasse haben sie noch die Monokulturproblematik. Wenn sie heute Biogas produzieren, das sind hochwertige Pflanzen, hochwertige Energieträger aus Pflanzen. Die können sie nur mit industrieller Landwirtschaft produzieren, zu vernünftigen Preisen und mit vernünftigem Flächenertrag. Damit Monokulturproblematik. Wind? Ja, Fragezeichen ist hinter. Das ist gut so. Ich weiß es nicht. Ich sehe da auch nur wenige entsprechende Studien. Man untersucht es wahrscheinlich noch nicht, denn die Windenergie ist relativ neu. Insbesondere in dieser sehr starken Verbreitung, insbesondere in Deutschland. Das heißt, da muss man noch abwarten, bis dort Daten reinkommen, beziehungsweise vielleicht auch flächendeckend erhoben werden. Wie stark beeinflusst eine Windkraftanlage, insbesondere aber die Gesamtheit der Windkraftanlagen, das Klima einerseits lokal, regional, aber auch vielleicht überregional, vielleicht sogar global. Denn Windkraftanlagen entziehen dem Wind Energie. Der wird langsamer. Und je nachdem, wie sie den langsamer machen, kann er die Richtungen ändern. Sie können entsprechende Wettermuster verändern. Ob das geschieht, ich weiß es nicht. Aber bestimmte Bilanzen oder grobe Abschätzungen zeigen mir, dass wir nicht mehr im Subprozenteffekt arbeiten, sondern eher im Prozentbereich. Und es gibt einen Report, der von Fridays for Future in Auftrag gegeben wurde und vom Wuppertal-Institut für Energie und Umwelt entsprechend aufbereitet wurde. Das ist eine Metastudie. Da möchte man, glaube ich, drei- bis viermal die vierfachen Ausbau der Windkraftwerke haben. Dann sind wir im fetten Prozentbereich, was wir an Windströmungen beeinflussen. Ich hoffe, man ist da ähnlich vorsichtig wie bei Kernkraftwerken im Sinne von, wir gucken vorher, was passieren könnte und sichern uns vorher ab. Und nicht, wir stellen mal hin, weil wir es haben wollen und gucken, was passiert. Photovoltaik, auch hier Klimabeeinflussung durch eine Albedoänderung. Albedo ist der Reflektionsgrad von Oberflächen bezüglich der Sonne. Eine Schneefläche hat eine sehr hohe Albedo, reflektiert sehr viel Licht. Das heißt, dort sind die Aufheizungen nicht so groß. Wenn Sie aber auf einer Ebene stehen, die aus schwarzem Granit besteht, dann würden Sie an Sonnentagen, insbesondere vielleicht im südlichen Bereich, es dort wahrscheinlich nicht lange aushalten können. Da verbrennt man sich, glaube ich, wirklich die Füße. Diese ganzen Geschichten sind sinnvoll in entsprechendem Maß, aber sie sind hoch riskant, wenn man sie zu stark ausbaut. Auch hier, Nachhaltigkeit bedeutet, Flächen nicht zu übernutzen. Das kann mit allem passieren. Auch mit netten Pflanzen für Biomasse. Um das Ganze noch ein Stück weit abzurunden, ich glaube, dass wir einen Mix als Lösung brauchen. Und dieser Mix besteht aus verschiedenen Komponenten. Die erste, ich persönlich glaube, dass Photovoltaik unsere Zukunft ist, zumindest zum sehr großen Teil, als primärer Stromproduzent. Photovoltaik ist inzwischen so günstig geworden, dass ich davon ausgehe, dass Sie so manche entsprechende Wandverkleidung auch mit Photovoltaikmodulen machen können. Sie müssen es halt aushalten, dass das Zeug blau ist oder wie auch immer. Farblich müssen Sie dann mit dem, was die Physik hergibt, leben können. Aber Sie können es an, auf, über Dächern, Wänden, Plätzen, Straßen installieren. Sie könnten sich, oder ich kann mir auch vorstellen, Lärmschutz, Installationen, Wände plus Dächer an Autobahnen oder entsprechenden Straßen in Stadtnähe zu kombinieren, eben mit dieser Energiegewinnungsgeschichte. Aber was ich auch will, ist Vergütung nur bei Abnahme. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine Überinstallation von Photovoltaik in Kauf nehmen müssen. Sprich, nicht jede produzierte Kilowattstunde, die da rauskommt, wird auch wirklich genutzt. Aber bei Stromgestehungskosten von 6, 7, 8 Cent pro Kilowattstunde, wenn ich auch nur die Hälfte nutze, also 15 Cent pro Kilowattstunde am Ende bezahle, ich nutze die Investition ja nicht vollständig aus, gegebenenfalls nur zur Hälfte, also kostet auch die Kilowattstunde die Dienstleistung das Doppelte. Aber das ist doch immer noch günstig gegenüber vielen anderen. Und es hat wirklich wenige Nebenwirkungen. Es sei denn die Albedo-Nebenwirkung, klar. Aber wenn wir dafür entsprechend kein CO2 emittieren, leise Systeme haben, pflegeleichte Systeme, wenn es sich irgendwo integrieren lässt, warum nicht? Und eine dunkle Asphaltfläche mit Photovoltaikmodulen zu überbauen, ich denke an große Parkplätze, wo man sich im Sommer nicht gerne auffällt, da spricht doch gar nichts dagegen, weil ich dann eine Abschattung habe und ich könnte sogar noch den Regen sammeln, über die entsprechenden Dachkonstruktionen und in großen Kavernen für die Landwirtschaft zur Verfügung stellen, insbesondere wenn es mit dem Wasser knapp wird. Das ist dann kein Wasser, was den Reifenabrieb abgeschwemmt hat, sondern das Ganze passiert weiter oben. Nur so als kleine Idee für Synergien, die möglich sind. Wunderbar, hatte ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, dass es kommt, das Wort Synergien bei Angebots-Nachfrageausgleich. Biogas sollte natürlich nicht mehr für die Grundlast benutzt werden. Das macht man, weil man durch die Zertifikate beim Kohlestrom so hoch ist. Deswegen läuft Biogas als Grundlast durch. Hat vielleicht auch mit den Kraftwerken zu tun. Aber perspektivisch böte Biogas die Möglichkeit, Turbinen rauf und runter zu fahren, je nachdem, wie es sonst aussieht mit dem Strom. Nächster Punkt, wir müssen Speicher natürlich weiterentwickeln. Photovoltaik ohne Speicher geht nicht. Ganz klar, das ist, glaube ich, auch allen bekannt. Das heißt, wir brauchen Hausspeicheranlagen, aber vielleicht auch Dorfspeicher, sprich Wohnblockspeicher, wo dann die unterschiedlichen Nutzungsweisen verschiedener Personen oder auch vielleicht kleinerer Gewerbebetriebe dann die Speicherausnutzung verbessern. Dass der Speicher wirklich innerhalb der Lebensdauer, also der zeitlichen Lebensdauer und der Zyklenlebensdauer, möglichst weitgehend verwendet wird. Und wir brauchen natürlich auch bessere Elektroautobatterien. Diese zwei, zweieinhalb Tonnen Geschosse mit vernünftiger Reichweite sind natürlich Systeme, die mehr Feinstaub durch den Abrieb produzieren, auch wenn sie Feinstaub einsparen, weil sie ja keinen Verbrennermotor haben. Aber schwere Fahrzeuge belasten auch die Straßen deutlich heftiger. Also bei doppelter Masse habe ich die 16-fache Straßenabnutzung ungefähr. Sollte man sich auch überlegen. Und wenn ich mit einem PKW Elektrofahrzeug mit 80 Kilowattstunden Batterie kollidiere, ist das ein fettes SUV. Es ist kein SUV irgendwie, sondern es ist ein fettes SUV. Auch wenn es kleiner aussieht, man hat die Masse halt schön kompakt im Boden. Also nichts gegen Elektrofahrzeuge. Aber wenn man sich die gesamte Breite anschaut, wir bräuchten hier leichtere Batterien. Oder halt den Fett-Hybrid, den es leider im Prinzip nicht mehr gibt. Was ist der Fett-Hybrid? Der Mild-Hybrid ist ja der, der nur ein paar Kilometer kann. 50 Kilometer, best case, also gar nichts. Ich hätte gerne den Fett-Hybrid mit 150 Kilometer Reichweite, Onboard, Stromaggregator, vollelektrischer Antriebsstrang. Dann wäre das Elektroauto, glaube ich, in fünf Jahren im Prinzip weitgehend akzeptiert. Und man hätte einen kleinen Verbrenner für die paar langen Streckenfahrten. Aber vielleicht bin ich blöd. Vielleicht ist es auch zu günstig herzustellen. Ich weiß nicht, warum man es nicht will oder warum es nicht geht. Energiesicherheit berücksichtigen. Kernenergie oder auch so etwas Exotisches wie Solar Power Satellites. Ich muss gerade nochmal auf Englisch. Also Solarkraftwerkssatelliten können Bausteine sein. So abstrus die Kernenergie oder auch diese Photovoltaik-Satelliten vielleicht erscheinen mögen. Aber wenn ich mir damit die Energiesicherheit stabilisieren kann, damit soziale Sicherheit unterstützen kann, zumindest in vielen Staaten, und trotzdem die Erdressourcen schonen kann, sprich wenig Nebeneffekte erzeuge, dann sollte es wenigstens gedacht werden dürfen. Das ist nämlich so ein Punkt, da habe ich tatsächlich, ich will nicht sagen Ängste, aber schon manchmal so ein ungutes Gefühl. Man darf ja manche Sachen gefühlt nicht mehr denken, nicht mehr sagen. Wobei ich mache es ja hier auch öffentlich. Im Allgemeinen ist es ja gar nicht so katastrophal. Kernenergie gut gemacht, spricht nach meiner Auffassung nichts dagegen als Stromproduktionssystem. Aber wir werden uns, das Entsorgungsproblem wird nicht lösbar sein, strukturell, immer noch Gedanken machen müssen, was machen wir mit den abgebrannten Brennelementen, mit dem Atommüll der vergangenen Jahrzehnte. Der sollte aus meiner Sicht am besten wirklich vernichtet werden. Das ist physikalisch möglich. Wir sollten aber uns mehr Anstrengendes technisch auch zu machen. Es gibt einige Wege, einige Keimzellen, wo das passiert. Aber da würde ich mir auch tatsächlich von zum Beispiel auch Deutschland mehr positive Einstellungen wünschen, dass man schaut, dass das physikalisch mögliche und technisch unter sehr klaren Randbedingungen machbare nicht verhindert wird, weil es Gefahren geben könnte. Man muss ja nicht alles machen, was gefährlich ist, aber man sollte wenigstens bestimmte Wege gehen, um zu schauen, wie es gehen könnte. Aber ich glaube, wenn ich ins Ausland schaue, da tut sich was.